Gibt es denn nie den Fall, dass die Milch nicht reicht? Ab wann sollte man vom Stillen abraten und zur Flaschen-Nahrung raten? Also natürlich gibt es den Fall, dass die Milch mal nicht reicht. Dann ist die Frage, wie schnell, also lässt sie sich steigern? Denn eventuell muss zur Überbrückung, bis genügend Milch da ist, Flaschen-Nahrung zugefüttert werden. Ich würde aber niemals, weil nicht 100% Muttermilch zur Verfügung steht, vom Stillen abraten. Weil jeder Tropfen Muttermilch ist wertvoll für das Baby. Und wenn es nicht 100% Muttermilch bekommt, sondern nur 50% Muttermilch, ist es trotzdem immer noch besser, als wenn es eben gar keine Muttermilch bekommt. Und ja, also ich würde nie sagen, aufgrund einer nicht ausreichenden Milchmenge lohnt es sich jetzt überhaupt nicht, das Kind noch zu stillen. Aber es muss dann natürlich dafür gesorgt werden, dass das Kind ausreichend Nahrung bekommt. Vielleicht kann es ja auch durch Milchspenden noch Muttermilch bekommen. Bei Frühgeborenen besteht diese Möglichkeit ja, wenn es in der Klinik, wo das Frühgeborene liegt, zum Beispiel auch eine Milchbank gibt. Also ja, vom Stillen abraten, nur weil nicht genügend Milch da ist, würde ich niemals machen.